Mein Name ist Ahmed Ciblack, ich tippe jetzt für den zweiten Spieltag. VfB Lohrberg gegen DJK Wimfied Krei, 3-0 für Wimfied Krei. Mülheimer SV gegen TUS Mülheim, 1-1. SC Frimtrop 05-1-20 gegen DJK Adler Union Frimtrop, 2-2. SF Hamburg 07 gegen Sportfreunde Steele, 3-0 für Hamburg. DJK Vierlingen gegen Vogelheim SV, 0-4. SV Genschosmann gegen RWS Lohrberg, tippe ich 2-0. TUS 84-10 gegen Berger-Borbeck, gegen Meiderich, 3-0. Überruhr gegen Rot-Weiß-Mülheim, 3-0 gegen Überruhr. 3-mal Erzin Canseven. Und 1. FC Mülheim gegen DJK Blau-Weiß-Mintat, 1-1. So, ich bin nochmal Ahmed Ciblack, spiele bei DJK Wimfied Krei, Hauptwehrposition.